Nein, Priestertum ist nicht eine Funktion. Priestertum ist Sakrament, Zeichen der Gnade. Gott bedient sich eines armseligen Menschen, um durch diesen für die Menschen da zu sein und an ihnen zu handeln. Diese Kühnheit, diese Kühnheit Gottes, der sich Menschen anvertraut, Menschen zutraut, ihnen zutraut, für ihn zu handeln und da zu sein, obwohl er unsere Schwächen kennt. Diese Kühnheit ist das wirklich Große, das sich im Priestertum der katholischen Kirche verbirgt. Ein schönes Zitat von Papst Benedikt.